Doni Doni ist in einer Schildkröte und ich drehe mich mit meinem Körper über ihn. Dabei ist es wichtig, dass meine Hüfte tief ist und nur meine Füße auf dem Boden sind. Ich darf die Hände nicht auf dem Boden nehmen. Nun drehe ich mich wie ein Spinrad um mich herum.